Moin Moin und ihr Geinschnittchen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge TDT mit der Stamm-Besetzung und Standard-Besetzung und Mario-Level. Ich bin der Wissenschaftler! Wo ist Bram? Hier ist Peter. Hier ist Bram. Hier ist er automatisch. Ten-Tel, Ten-Tel kann man nicht abstieren. Was geht ab? Gieß dich ab! Alter, Junge, wenn du schon was gehst, bist du auf den Sack mit dem Scheiß. Ich liebe es! Ich liebe es! Das ist echt cool. Naja, jetzt hab ich aber genug. Sind wir in der PC drin? Ja! Alter, what the fuck! LOL! Okay, das ist ganz cool eigentlich. Was macht der Bram da? Oh, Zug! Es sind Bram und Peter, ich bin im Dead Ringer. Beide sind Traitor. Du hast einfach Ten-Tel dir vorbeigehen lassen, Junge. Ja, ne, das war ein Nahkampf gewesen. Ja, okay. Wo ist die denn, Dalu? Beide im Hauptraum nach links Richtung Matrix. Okay. Da ist er! Einer ist tot von beiden. Ja! Das ist interessant. Aua! Vielleicht hätte man, dass der Kai nicht sagt, dass die Spieler die Traitor heute gemacht haben. Bei mir kann man das vielleicht auch auslegen, dass das Nahkampfattacke war gegen Bram. Ich war auf der anderen Seite der Tür. Bram auch. Ja, kannst du nicht durch die Tür kommen. Aber wenn du das wusstest, dann schon. Einmal noch ein bisschen nach unten. Das ist noch weiter. Bram wusste, dass ich ankommen. Die Matrix-Welt macht meine Augen komisch. Auf jeden Fall nicht die netteste Art und Weise, Thomas zu nutzen. Ja, ja. Thomas gefällt das. Aber hast du dich nicht vom Zug mitnehmen lassen? Ich? Ja, klar. Ja, keine Chance. Du bist wieder schwarz gefahren. Du konntest mir gar nichts dagegen tun. Aber würde man was gegen Thomas tun wollen? Ja, man will doch mitfahren. Nein, wenn Thomas kommt, dann muss man nach vorne sprechen. Ist das, äh, ja keine Ahnung. Ein Bug hier gerade bei mir. Ach so, jetzt ist der Rundgang beendet. Oh, ich wollte die Schrotze. Oh, meine Schrotze. Ich traue mich jetzt gar nicht in die Sonic-Mault-Mail-Mail-Küstehen. Das panik ist doch geil. Nee, ich traue mich jetzt auch nicht in dieses Sonic-Ding zu gehen. Alter, leckt das hier. Wir haben eine Zwiebelwaffe. Was ist das denn hier? Ist das ein Trailer-Mail gewesen? Ah ja, logisch. Hallo. Hi Dalu. Wollen wir hier was machen? Kannst du die Lava springen? Alter, wo bin ich denn hier? Was ist denn dieses pinke Ding? Wie denn der Ding? Ist das Bowser? Das ist Bowsers Festung Leute, Christian ist gerade einfach in den Tod gelaufen in der Minecraft-Welt Peter ist sehr verdächtiger Peter ist sehr verdächtig Ne, Moment, Peter, warum bist du hier? Ich hab Peter weggemacht, der hat auch Quatsch gemacht Ich hab's überlebt Alter, ich hab's überlebt Irgendwie durch die Explosion Warum sind denn da zwei Leute einfach in die Lava gestrumpen? Wir wurden geportet Wenn du in der Mario-Welt in die Lava fällst und schimpf Kommt zumindest der Super Mario-Todess-Sound Ist das bei noch jemandem Da hat der Jakar gewandert? Ja, hat er ja auch Ich hab mit WM gewohnt Er hat mich erwischt Ich war nicht der Trader Mehr Deswegen hab ich ja gesagt, ich find Peter sehr verdächtig Aber ich glaub, das hat keiner gecheckt Ja, aber das war sehr verdächtig, war ich ja auch eh Weil ich ja gerade Quatsch gemacht hab Ja, aber ich wollte das Bram versuchen irgendwie deutlich zu machen Sag doch nächstes Mal mal Peter ist Traitor Ja, das ist ja eindeutig Dann wüsstet ihr ja, dass ich Sidekick bin Aha, jetzt hab ich auch mal ne Shotgun her Jay ist Traitor Nein Denkst du jetzt, dass ich Sidekick bin? Hau ab Darn Ja, Darno ist Sidekick Jetzt, ich hab die Logik gerade durchschaut Jarno ist noch da Jay plant grad ne Planfalle, der Arsch Ja, weißt du wenigst wo die ist? Dann musst du nicht reinlaufen Sag doch einfach wo Hast du auch vergessen wo die ist? Hab ich vergessen wo Hab ich auch vergessen Darno hast du grad disabled Ach komm da, du bist so ein langweiler ey Darno killt jetzt jemand? Nein, leider ist bei mir keiner Das glaub ich nicht Dann ist da jetzt ein Sidekick irgendwer Hast du einen gehört? Alter Einen Schuss oder sowas? What the fuck Erstmal ein Stück getrunkt Da hat noch einmal einer geschossen Christian hat ne Schultflinte Mach die Tür noch Ich hab geschossen Das ist richtig So hat nie Gesundheit Peter stand in der dunklen Ecke und hat sich nicht bewegt Okay, dunkel ist die auch, weil der Raum dunkel war Aber Peter stand in der Wii war der Ist dieser dunkle Raum dieser Lykan? Oder Lykan? Der Lykan-Raum Wer ist denn Lykan überhaupt? Christian kommt jetzt auch dahin Da musst du auf jeden Fall mal Lykan sein Nee, der Lykan-Raum ist die andere Richtung Ah okay Jay geradeaus wären Leute gewesen Da geht grad die Tür auf, pass auf Ich will da aber nicht hin Nee, ich wollt nur Leute aufpassen, dass du nicht abgeschossen wirst Bei mir ist... Warum bist du so... Christian geht jetzt Richtung Mario Nee, doch nicht Da geh ich mal wieder da, oder? Wo sitzt der denn? Bist du die Bank hier? Sorry Peter Gehen wir schon raus Was ist er denn? Ich lasse mich jetzt aber auch Was hat denn hier? Was ist er denn? Du musst aufpassen Ich hab mich jetzt verlassen Hast du dich Hast du dich? Okay Die Tür geht einfach so auf und zu Hast du recht Danke Christian, wir draußen lassen Was ist denn Quatsch? Hä? Warum ist jetzt keiner? Alter, das ist der Christian! Alles klar Draußen mit Ballert Oh ne, der war nur So Okay, noch mehr draußen mit Ballert Bauen wir uns später Nice Das heißt du oder irgendwer lebt noch? Ja, ich leb noch, aber... Das ist erstmal kein Problem Oh nein, was eine unluckige Situation Oh nein Nice Christian Ich musste Jay machen, damit ich Dennis da irgendwo raus mache Ich wusste nicht wo der ist Ich wusste auch nicht wo der ist Ich hab mir das doch nur angeguckt Warum verrasten mich denn alle? Du warst einfach im Clocking, du weißt du oder was? Du warst einfach so unsichtbar, brav Ich war im Clocking, du weißt Ich war im Clocking, du weißt Ich war die Säule Ich war einzig, der Säule Ich war die Säule Er warst halt wirklich Wie Säule, mein Freund Wie Säule, mein Freund So sieht's aus Das ist auch mein Spitzname Die Säule Okay Im Porno-Business aber Ja Dachte eher so die laffe Stange oder so Christian, ab in den Matrix, was machst du da? Äh... Darate! Oh nein Oh, die hat nur Dalu getroffen Ich seh nix mehr Du bist nicht sehr nett von dir Dalu, mich da einfach zu killen Ich wollte gerade Christian sagen, dass er sich ducken soll Das hat mich echt ein bisschen traurig gemacht Ich hab mich instinktiv geduckt, deswegen bin ich nicht getroffen worden Nee, ich hab dich auch nicht teleportiert Weil, ich wollte dir rein Du meinst jetzt gerade was geraten No! Nee Hä? Ich glaube, Bram ist gerade in die Lava oder sowas Ja, alles gut Ich leb noch Alles super Nein! Nein! Och Gott Was wird's okay? Nein, nein! Tut nicht! Du Ficker Du wolltest nicht Du hast auch ebenfalls Du Fiesling Ich bin auch nur bewaffnet Ich wollte nicht Ich bin auch bewaffnet Ich seh mich hier rein Ich seh mich hier rein, du gehst weiter Ja Du kannst auch Distanz durchschließt Ich nicht Okay, dann lass uns weiter gehen Alles gut Ja, du darfst weiter Du kleiner Stress Das war du, ey Geh doch, ey Ich geh jetzt auf Mach mal hier nochmal aus Peter ist da links um die Ecke Wirst du wirklich gegangen? Da links um die Ecke? Ja 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 Du Arsch Ha 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 Du Bitsche Ha 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 Ne, ne Ne, ne Kommst du echt Ne, ne Kommst du echt Daher wieder Wo bist du denn? Da und jetzt Ha 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 Woaah Wollen wir warten? Dann warst du Ha 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 Der Rechner ist heiß, Leute Ich habe heute die Falle benutzt, aber ich hatte aber Glück gehabt, ey. Ich wusste nicht, was da mit Drop gemeint ist. Als ich Traiteur war. Ich hoffe, das war jetzt ein richtiger. Wer übernimmt da meine Arbeit? Oh Scheiße! Das war nicht der Richtige. Nein! Du bist böse! Du bist ein böser Mensch! Zweimal den falschen erschossen. Oh! Ich wusste doch, dass er das spott. Scheiße! Hab ich den anderen, der war denn der andere? Ich bin auch an der anderen. Wo wart ihr denn alle? Ich hab Christian als Innocenter getötet. Was ist denn genau die Falle? Hier kam die Decke von oben runter. Ja, aber ich bin innocent gewesen. Ja, ich auch. Ja genau, da kam die Decke runter, aber das Ding war doch schon lange unten, als ich da gestorben bin. Nee, nee, dir ist es auf den Kopf gefallen. Achso, nee. Achso, die Badewanne liegt da immer? Nee, ich glaube, da liegt ja jetzt keiner. Ich glaube, ich hab aber auch geschossen. Sepp wie bist du gestorben? Ich bin über die Brücke gelaufen mit E und bin dann gestorben. Moment, das heißt, du hast dich getötet. Und Jay, hast du das verstanden? Wenn du da über das Loch läufst. Dalu, kannst du das mal kurz aktivieren? Kann ich leider nicht. Aber könnt ihr das nicht machen? Das war jetzt aber gefährlich von dir, Jay. Ja, außer er ist es selbst. Dann ist es nicht gefährlich. Ich sprint doch die ganze Zeit. Dann würde ich das doch schon angehabt haben. Dalu, du Arschloch! Ja, du hast versucht auf Jay zu schießen. Ich bin gerade um die Ecke gesprungen. Dalu wollte ich, glaube ich, töten. Ich habe nichts getan. Nein, er wollte... Jay, Kopfgeld. Jay, Kopfgeld. Ja, du hast auf mich geschossen, Peter, Alter. Was ist denn? Du hast dich selbst getötet, du Idiot. Jay, achso, er ist Kopfgeld. Doch, das meint er damit. Jay, Kopfgeld, Kopfgeldjäger. Ich bin mega geflasht, Chris, ich habe mich geflasht. Nix mehr. Er war nur eine Flashback. Da ist er. Peter, ey. Jay, Kopfgeld. Ja, ist ja schön. Also, ich bin proven innocent. Danke, Peter. Auf jeden Fall bist du Kopfgeldjäger. Nein, Peter ist Kopfgeldjäger gewesen. Peter war Kopfgeldjäger und hat auf mich geschossen, weil er dachte, ich wäre es. Und hat es halt etwa umgebracht. Ja, was weiß denn ich? Was machst du da? Christian, wir hatten Kopf... Ja, ja, Sim. Bram ist am... Fuck you! Yeah! Du bist schon explodiert, oder, Sepp? Oh, der war... Hast du hier schon einen? Ja, ich habe Sepp gemacht. Aber ich... Der ist, glaube ich, schon explodiert. Ich hoffe es zumindest, ja. Kein fucking Trailer. Achso, Jay lebt auch noch. Ne, 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 Freundchen. War ein bisschen langsam. Da war ich echt ein bisschen langsam. Ich habe Angst, dass ich da jetzt rüber gehen darf, oder nicht. Oder ob ich da rüber gehen darf, oder nicht. Oh, hi. Warum ist der Startraum? Da, wo die Wii ist, Richtung Mario. Okay. Mario, 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 Startraum. Ja, okay, ich weiß wieder Bescheid. Oh Gott. Hab ihn. Oh, wow. Da ist ja noch einer. Alter, der lebt immer noch. Oh. Ja, okay. Keine Explosion jetzt. Ja, bist du tot? Oh. Oh mein, hä? Wer ist Inno? Ich dachte, der wäre Trailer. Wissen... Wer fickt mich hier gerade? Du hast jetzt nicht direkt mit dem Ficker gefickt habt. Also du... Du bist jetzt echt wieder... No, du bist... Da wollen die mich jetzt ja alle verarschen gerade. Als ob ich hier gerade den Shot gedrückt habe. Ich dachte, die Uhr geht direkt wieder an. Das wäre geil gewesen. Wie lange hat denn das bitte gedauert? Warum hat Dalu jetzt minus 22? Du kriegst doch mal mehr Minuspunkte an. Du warst mein Kollege. Ja, ich habe auch niemanden getötet, außer Inno. Aber du kriegst immer mehr... Mich hat er getötet. Ich hab mich nicht selber getötet. Jay ist voller Schwein. Natürlich wissen wir, dass wir dich gekillt haben. Ach so, ja natürlich. Das war ja... Ich will ja nur für die anderen nochmal sagen. Ach so. Ach so. Aber du warst vom Kopf nicht selber getötet. Ja, dass ich ein blöder Wichser war in der Runde. Dass ich ein blöder Wichser war in der Runde. Ja, okay. Kann ich verstehen. Jay Kopfgeld. Du hast halt... Jay Kopfgeld. Was sag ich denn jetzt? Scheiße. Das war voll gut eigentlich. Aber ich würd gern mal rausfinden, warum es die Minuspunkte gibt. Wenn du als Jakarta... Ja, das ist echt megaassi für dich, ey. Schon verdient, muss man sagen. Ist okay. Es gibt hier nette Geschenke, wenn wir möchtet. Christian, bin ich bei dir an einem Bärenfaller gelaufen? Oder was war das? Nee, du darfst ja. Komm, traust du dich? Ich glaub, Bram wollte mich töten. Du willst mich verarschen, oder? Kann man da nicht als Trainer was machen? Irgendwie hier kann man das machen, meinst du? Bram wollte mich töten mit dem TNT. Kann man das? Die sieht so aus, das stimmt. Wie mit dem TNT? What the fuck? Ich will hier vorbei. Entweder Christian oder Bram Warnert. Ich glaube aber eher... ...Ram. Ich glaub eher Christian. Oh, schon wieder? Achso, Sepp, sorry. Schau mich schnell auf, Sepp. Da kommt jetzt einer! Sepp, da kommt jetzt einer! Sepp ist es! Sepp ist es! Sepp, da kommt wer! Oh ne. Das ist Christian. Ich glaub nämlich auch, dass es Christian ist. Ich bin das nicht. Hinter uns! Wie sicher seid ihr euch? Wie sicher seid ihr euch? Wie sicher seid ihr euch? Bram? Bram hat sich überhaupt nicht gewehrt. Bram hat sich dann gewehrt. Was ist das hier? Also das hat Christian. Nicht da reinge... Oh Gott! Nicht hier rein. Christian muss da irgendwo sein. Ich musste mal kurz weg. Vielleicht ist Peter das auch. Ich seh hier niemanden. Das ballert Sepp einfach wie ein Wahnsinniger auf mich. Hat er mich auch. Christian sah so aus. Also es war viel zu oft. Christian sah so aus und dann schießt er auf mich? Ich sah so aus. Ich sah so aus. Hatte sie wieder einen fiesen Schritt drauf, Bram? Ja. Wirklich, hab ich wieder richtig gestankt, Alter. Bram hat richtig geschielt, ey. Mach keinen Mist. Kann man hier runter ohne zu sterben? Nein, dann kommst du in den verbackten Raum. Ach so, okay. Schade, ich dachte wir könnten auch vorne zu der Insel oder so. Komm, ich truste dir jetzt einfach mal. Moment, Dalu. Hinter dir ist auch noch einer, ne? Das weißt du? Lol. Duck dich mal. Moment, hier hat sich doch grad wer durchgeportet. Komm, Dalu, du auch. Da kommt was! Da kommt einer! Oh mein Gott! Alle drauf! Achtet mehr, Thürer! Ich hab euch gewarnt. Mann ey, wollt ihr nicht ungefähr drei Sekunden früher sagen, oh Christian könnte das sein, weil der kam mir entgegen. Und ich hab ihn angelächelt. Drei Sekunden! Und dann drei Sekunden später, ich glaub Christian könnte das sein. Du bist ja mal ne fiese Möpp, ey, er stand direkt neben mir. Ich war halt total hart verwirrt und plötzlich meinte, das ist Bram, man versucht mich zu töten. Dann hab ich direkt weggeraten, weil ich mir dachte so... Du standest halt zu nah am TNT, da hab ich gedacht, das kann doch nicht sein, der willst doch nicht versuchen... Du standest nah am TNT! Ja genau so nah wie du, ich hab keinen Fall gekriegt. Da wo du jetzt warst, da standst du eben auch. Oh oh, Bram, in weh du bist, weh du bist satt. Ich stand hier! Ja! Oh nein! Schade! Wissenschaftler! Das war mir zu offensichtlich und Bram, der hat so sneaky komisch um die Ecke geguckt. Da hast nichts gesehen, Jill. Wir müssen immer noch hier! Ja, warum nicht? Was machst denn du da drin? Gott, ich hasse dich zu sehen. Zehn von Zehn. Was ist denn das Problem? Komm, mach mich zum Sidewalk. Okay, pinkel erstmal. Schmeckt dir das? Schmeckt dir das? Schmeckt dir das? Schmeckt dir das? Ich steh auf deine Fesse! Ich will mehr! Ich will mehr! Wirklich ja! Geht das? Was bist du denn da oben? Ich würde mal gucken, was es hier gibt. Achso. Ich war hier noch nicht. Wer kommt denn da? Mich besucht? Wow, du warst da noch nicht unten in der Ecke. Ne, ich dachte tatsächlich, da könnte man weiterlaufen. Achso. Also hinter diese Wand hier, dachte ich könnte man. Uwe, da ist eigentlich in diesem Mario-Häuschen drin. Da war ich auch grad drin. Ich jetzt? Das war ganz schön enttäuschend, ja. Könnt ihr einen Trailer-Tester? Das sieht aus wie ein Trailer-Tester. Das ist ein Trailer-Tester! Welche Farbe hat eigentlich ein Jackal? Dalu? Äh, blau. Echt jetzt? Dalu, warum bist du schon wieder da? Ne, verarsch! Kann ich hier rüber gehen? Bei einem Trailer-Tester oder was? Dalu, das glaube ich dir nicht. Ne, genau, das ist halt das Problem. Das weiß ich halt nicht. Beim letzten Mal lag auch nur die Badewanne da und da ist Christian einfach gestorben. Also gehe ich da nicht rüber. Ne, ne. Peter ist da gestorben, dass die Badewanne, glaube ich, runtergefallen ist. Wer ist der Tote, den du in der Hand hast? Das ist meine Fake-Leiche. Okay. Moment, somit hast du die gelegt? Ja, die wollte ich nicht legen, deswegen habe ich sie hinten versteckt. Du Lara, sag da, du isst! Ups, okay. War doch nicht meine Leiche. Na, du wärst mein Kollege, das wäre ganz angenehmer. Ich such meinen Kollegen gerade auch. Such deinen Kollegen gerade auch. Okay. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Ne, ich weiß das auch nicht. Bist du das oder Peter der Kollege? Peter, weiß ich nicht, wo der ist. Also bist du der Kollege? Oder wer ist der Kollege? Leute, hier ist einer. Hä, was? Alter, das war ein Dead Ringer. Leute, Moment. Wer? Hä, was? Hä? Ich geh weg. Jetzt spiel nicht mit ihm, Christian. Alter, ich hab keine Ahnung, Mann. Ich bin weg. In meinem Trailer-Raum. Testraum. Hier ist ein Jakaran-Sidekick. Deswegen ist Peter tot. Peter? Keine Ahnung, wo Peter ist. Ich hab den nämlich einmal... Autsch. Ich hab den nicht einmal gesehen. Oh nein! Oh Gott, das war knapp. Alter. Fuck you all, Mann. Fuck you all! Okay, da ist wieder einer gestorben. Alter, was macht ihr denn da für eine Scheiße? Stimmt immer der selbe. Jo, mit der Shotgun oder was? Würdest du mich verarschen? Der Spruch. Hä, was? Peter, wie bist du gestorben? Ja, ich bin direkt einfach runtergefallen, leider. Hier in dem Raum. Hier direkt da hab ich schon runtergefallen. Also, later hab ich alle gekillt. Noch mehr Minuspunkte als davor. Na, Dalu, so geht das Spiel auch nicht, Alter. Hast du das immer noch nicht verstanden. Was ist los, bitte? Dalu, Dalu sammelt AW, weil die Minuspunkte diese Runde... Ich dachte schon, ich hätte dich mit der Trailer-Falle gekillt. Ich hab dich die ganze Zeit gesehen. Ich hab direkt einen Defi gekauft. Nee, nee, du... Wer war Trailer denn? Peter. Also, Dalu und ich... Hätte ich kurz gedacht, dass ich Christian als Trailer... Entroffen hatte als Zeitgleiche. Nee. Aber ich hätte eigentlich gedacht, als wir uns das erste Mal getroffen haben, dass du mich schon... Nee, da hab ich einfach komplett nach oben gezielt. Ja, ich weiß, das ist in die Luft geschossen. Oh Gott, Alter. Alter. Ja? Oh nein, das wird mich töten. Ich seh's doch. Nicht da reingehen, Peter! Auf. Oh Gott. Oh oh. Da ist wohl Wärme vor. Wir haben... Nein, das ist jetzt... Aber komm, du bist der nächste Testobjekt. Oh Gott. Da fliegt doch irgendwas, was explodiert, oder? Nee. Ey, das ist Sepp, Sepp! Sepp is it. Arsch! Sepp, Sepp, Sepp is it. Sepp, Sepp, Sepp is it. Sepp, Sepp, Sepp is it. Sepp, 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 Sepp is it. Wo ist denn Sepp? Sepp, 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 Sepp. Christian war's. Was denn jetzt? Nein, Christian war's. Nur weil er lauter schreit, hat er ja nicht mehr recht. Das weiß man nicht. Ja, das weiß man nicht. So, Peter. Jetzt aber. Komm mal her. Tut mir wirklich leid. Also ein bisschen zumindest, wenn ich ganz ehrlich bin. Nicht hundertprozentig. Ich bin ja ein Medium, deswegen darfst du jetzt erstmal... Ich bleib einfach hier und ihr macht das alle, ne? Echt jetzt? Wer ist denn da gerade uns nicht mal in den Raum reingekommen? Warte, du ein, da haben wir keine Ahnung. Ich beobachte euch. Ja, mein Freund. Viel Spaß mit Peter. Peter liegt im Pool und chillt. Der kommt da nicht raus. Wie macht ihr das mit Peter? Peter kommt nicht aus dem Pool. Na Jay? Hallo Bram. Hoi. Warte. Hab ich dich erwischt? Hallo? Ich glaube schon. Da hat auf jeden Fall einer geschrien. So, Bram ist am spawnen. Ja, ich seh's. Oh Gott, was ist das denn? Ah! Oh, da, da, da. Ja, ja. Ja, Bram wehrt sich noch grad bisschen. Da fliegt was. Ich glaube der rennt Richtung, äh... Oh Gott. Ich glaube der wird... Moment mal ganz kurz. Wo ist der denn? Hinten dran. Sepp. Nur was? Ich hab mit ihm hier gesquatnt. Da kommt mal ein Schöner-Room hin. Das ist ja nice. Das ist aber ein geiler Zufall. Da bin ich auch nicht durchgelaufen. Wie der sich nie gefährdet hat. Doch, hab ich doch. Einfach mal besser. Irgendwo. Du hättest... Wenn du ihn getroffen hättest, hättest du den Platz mit ihm getauscht. Ja, ich weiß. Der hätte andere nicht weggeballert. Wie verwendet... Wie verwendet wäre der gewesen, wenn der auf einmal... Schimmer von Jay? Hä? Ja, was? Was? Den Moment hätte ich nutzen können. Ich hätte noch 6 Minuten rennen können, bevor der das gecheckt hätte. Hallo? Nein, Bram. Nicht tun. Nein. So ein Arsch. Alter, Bram. Na, ich mach hier mal dicht. Wer war das denn jetzt gerade von euch beiden? Der gerade den Magier gezündet hat? Okay. Bram, das ist! Das ist gelogen. Das ist gelogen. Sebastian, der hat auf mich einfach geschossen. Der hat auf mich einfach geschossen. Pass auf. Ohne... Arsch! Du hast Deadwinger! Oh, ein Fehler ist da! Du bist echt kalt! So. Den hab ich gemacht. Ne, die Hutes will ich nicht. So. Fick dich, ey. Noch mal den Deadwinger. Wieso schießt du auf mich? Oh, da ich ein Zeitkick bin. Oh! 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 Ecke gewartet, ich glaub's ja nicht. Soll es sich beeilen? Chris ist sofort im Hauptraum. Der ist am Spawn gespawnt. Das Problem, die Waffenauswahl hier ist doch sehr begrenzt. Warte, was ist dein Plan, wenn ich fragen darf? Ha, komm! Oh, wo ist er? Oh Gott, da ist er! Nein! Ja! Oh, schade! Schieß doch! Was für eine Scheißwaffe! Ja, die Runde geht an... Guck mal, Dalu! Guck mal, du hast doch noch minus 16. Jetzt hast du noch 20 Punkte gewonnen. Ja, Mann! Die Runde geht definitiv an Dalu, Glückwunsch! Für die meisten unverdienten negativen Punkte. Ja, Mann! Vielen Dank fürs Zusehen, haut rein, ciao! Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020